Professor Riegler von der Hochschule Ostfalia für angewandte Wissenschaften arbeitet seit mehreren Jahren mit e-Feedback in seinen Vorlesungen. Beim e-Feedback können Studenten per Audience-Response-System wie etwa Klickern oder auch webbasiert mit Smartphone oder Notebook über verschiedene Antwortalternativen auf eine Frage abstimmen, wie man es vom Publikumsjoker bei Wer wird Millionär kennt. Professor Riegler erläutert, warum er e-Feedback in seinen Vorlesungen nutzt. Die übliche Vorlesung versteht sich ja weiterhin als eine Veranstaltung zur Informationsvermittlung. Das heißt, die Studierenden sitzen im Hörsaal, hören zu, schreiben mit. Ich bekomme allerdings wenig davon mit, was meine Studierenden verstanden haben und was sie nicht verstanden haben. Da genau an der Stelle setzen die Klicker an. Die geben mir Feedback darüber, Fragen sind, die sie sich ansonsten vielleicht nicht trauen zu äußern. Wie läuft das Einholen von e-Feedback konkret ab? Eine Frage mit mehreren Antwortalternativen wird ins Plenum gegeben. Und suchen Sie dann den Clusterpartner von A. Jeder Student gibt seine Stimme für eine Antwortalternative ab. Die Abstimmungsergebnisse werden in den Hörsaal zurückgegeben, mit der Aufforderung, seinen Nachbarn von der eigenen Antwort zu überzeugen. Anschließend wird der Zyklus aus Frage, Abstimmung und Rückmeldung der Ergebnisse ein zweites Mal durchlaufen. Mit einigen Erläuterungen des Dozenten wird die Frage abgeschlossen. Eine Klickerfrage dauert zwei bis fünf Minuten. Wenn ich mehrere in der Vorlesung stelle, typischerweise vier bis fünf, dann kostet mich das circa 20 Minuten von meiner wertvollen Vorlesungszeit. Das ist aber kein Problem, wenn ich die Lehrveranstaltung anders denke. Die zentrale Frage ist ja nicht, welche Informationen kann ich in der Zeit übermitteln, sondern welches Verständnis kann ich schaffen. Und das ist das, was mir für meine Lehrveranstaltung wichtig ist. Würfe, Emmanuelれ